Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktathlet. Es gab den Wunsch etwas zum Thema Ungleichgewicht am Markt zu machen und das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. Den Risiko, wunderbar, gibt es natürlich wie immer vorab. Der LBCFD ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los und wir fangen mal ganz vorne an. Also die Märkte bewegen sich in Trends. Das ist zumindest die Annahme in der technischen Analyse. Und es gibt drei Trends. Aufwärts, höhere Hochs und höhere Tiefs. Abwärts, tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Und auch noch eine dritte Variante, das wäre der Seitwärtstrend. Aber warum ist das so? Beziehungsweise warum ist die Korrektur für große Player oder Finanzinstitute so wichtig? Große Marktheilnehmer können eben nicht einfach wie Sie oder ich mit einem Klick in den Markt rein und wieder raus, sondern müssen ihre Position sehr aktiv planen. Das betrifft sowohl den Positionsaufbau, aber auch den Positionsabbau. Und wenn ein Kurs sehr dynamisch steigt, dabei einen wichtigen Widerstandsbereich durchbricht, dann ist es so, dass ein Teil der Position in der Regel nicht ausgeführt wurde. Und das bedeutet, dass der Markt durch eine Korrektur in den ursprünglichen Bereich sozusagen die restlichen Orders dann abholt. Und das ist der Grund, warum der Markt dann korrigiert, beziehungsweise warum große Player dann nicht hier oben in den Markt reinspringen mit dem Gedanken, dass man vielleicht was verpasst hätte, sondern man wartet eben geduldig und versucht dann eben, das Ganze entsprechend abzuarbeiten. Der S&P 500, der fällt jetzt schon seit Donnerstagabend und hat sich jetzt einem wichtigen Bereich genähert. Hier haben wir nochmal das Ungleichgewicht der jüngsten Aufwärtsbewegung. Wir haben jetzt eine Korrektur und diese Lücke fast geschlossen. Und das ist der ursprüngliche Bereich. Und hier könnte sich jetzt eben entscheiden, wie es dann für den Aktienindex weitergeht. Und ob der Markt jetzt vorher nach oben dreht, in den Bereich reinläuft oder den Bereich vielleicht auch durchbricht, das kann ich nicht vorhersagen. Aber es ist davon auszugehen, dass der Bereich kurzfristig in den nächsten Stunden oder auch in den nächsten Tagen eine sehr wichtige Rolle spielen könnte. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.